Bleib drinnen, dann lass ihn boxen. So, jetzt hast du wieder die Chance, dass er vertreten kann. Siehst du? Siehst du? Lass ihn lieber boxen. Ja, sehr schön. Jawoll! Ja! Das ist gut, ihr seid gut, Jungs. Ja, sehr schön, Mann. Sehr schön. Ja, technisch. Schöne Sidekick. Mann, du kannst doch ruhig... Dings drauf, spontan, richtig schnell drinnen.